ja 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 hallo und herzlich willkommen zu Angry Birds Friends Angry Birds Friends und ja ich bin heute mal eine Runde in Rieberts um mit das hier ich weiß jemand das Spiel spielt danke ja so scheiße war das denn äh wo ist denn jetzt hier wiederholing wiederholing vor allem so das ist doch besser hier perfekt das war scheiße egal wie haben wir noch unser Bombenvogel perfekt und geschafft oder haben wir was wir sehen ne eigentlich nicht nur ein Stern was soll die scheiße ja Spiel ist okay ja komm ich hab nicht den ganzen Tag Zeit was ist denn was willst du mich verarschen was machst du denn da für eine scheiße ach meine Fresse komm schon ja nerv nicht und okay Leute ich glaube das ist ein bisschen hart für den Anfang ich bin mir erstmal dann doch das ganz normale Angry Birds haben wir auch was Weihnachtliches nee egal dann machen wir das und ich muss da oben ja komm perfekt oder was soll die scheiße war doch perfekt jetzt kommst du runter du scheiß stein egal erstmal level angucken okay okay und und direkt geschafft perfekt komm es mal mehr als nur ein Stern locker mal drei Stern verdient ich kenne das ich brauche keine tutorials dafür ich brauche keine tutorials und das war scheiße toll ich brauche ich noch rein da und das habe ich verkackt Mann was soll die scheiße ach das kann ja nicht sein das ist so ein scheiß Anfang komm komm jetzt jawohl perfekt und ich glaube ich nehme auch heute nur eine Folge auf von Angry Birds oder generell noch ein Facebook Spiel nämlich morgen direkt erst zwei Spiele auf weil heute schon wieder sehr spät ist und ich natürlich hier wieder um 20 Uhr 8 aufnehme wenn ich keinen Bock habe auf ein zweites Video eigentlich wollte ich heute auch wieder zwei Videos produzieren aber dafür aber dann nächste Woche dafür dann nächste Woche habe ich schon ans TNT ran und ja perfekt hey PewDiePie da ist eine Ente PewDiePie ein Stern ey sowas muss ich mir doch nicht geben ist oder so alles fake hier locker mal zwei Sterne habe ich verdient und was war das denn so zack perfekt wo meine uhr piepst was ist das denn für eine scheiße schau mal an hört sich in der Aufnahme so drecks uhr fängt einfach an zu piepsten da kommt man doch nicht mal durch meine Fresse was da denn wird scheiß kann man doch nicht mal durch hier mit den Scheißdingern ey ok war noch ein Level und dann ist gut noch ein Level und dann ist gut ok ok so zack rüber perfekt passt dann haben wir auch schon wieder 10 Minuten voll ok Leute das war das Töschchen Nummer 6 von unserem Adventskalender ich hoffe es hat es gefallen wenn ja würde ich mich über ein Like freuen wenn ihr weiterhin auf diesen Kanal nichts verpassen wollt könntet ihr auch abonnieren ich bin draus ciao Leute EZ 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 EG EZ 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 Outro